Und dann gab es ja mal mit dem Goethe-Institut so Fahrten in andere Länder und da wurden ja glaube ich auch Leute hergekommen sind. Wie hat das denn angefangen? Also das ist ja schon nochmal so was ganz anderes als so dieser Hackathon hier vor Ort. Ich habe mich aufbeworben und dann ist leider Corona passiert und es wurde abgesagt, sonst wäre ich nach Bangkok geflogen, was ich auch sehr schön hier gefunden. Einerseits natürlich, weil ich auch gerne Bangkok sehen würde, aber auch weil ich den Aspekt so spannend finde, so mit Leuten aus anderen Ländern irgendwie mich über Technik zu unterhalten und zu sehen, wie die das so sehen und was für eine Rolle das in deren Leben spielt und was für eine Rolle Politik auch in deren Leben spielt und wie die denken, wie man das verknüpfen kann, weil wir in Deutschland haben ja hier wahrscheinlich schon so eine Sichtweise und ich hätte das einfach total spannend gefunden, das dann mal so vor Ort mitzuerleben. Also ich würde es dir wünschen, dass du dazu noch kommst. Weil das krass war in Südkorea, so ganz anderes Aufwachsen, ganz andere Einstellungen zur Politik, ganz andere Einstellungen zur Technologie, ganz andere Einstellungen zu Datenschutz und Privatsphäre, ganz anderer Platz für Kinder und Jugendliche, Schule hat einen ganz anderen Stellenwert. Genau und jedes Mal eben mit diesem festen Glauben daran, dass wir da natürlich irgendwie Punkte im Leben setzen, die verändern auch, die man so mitnimmt, die einem stärker global denken lässt und vernetzt denken lässt und so weiter. Was glaube ich sehr zu unserem Thema gehört und passt so, deswegen war das von uns von Anfang an ein großes Anliegen, dass wir in die Kooperation investieren, dass wir die fortsetzen, dass wir möglichst vielen Jugendlichen die Möglichkeit geben und ich meine, muss man auch nicht verschweigen, natürlich ist es für uns selber auch total spannend gewesen, weil wir auch Einblicke bekommen haben, die wir so nicht bekommen hätten und es natürlich auch nochmal für unsere Mentoren ein tolles Benefit waren und wir schon sehr hoffen, dass da einfach nochmal ein Netzwerk, sobald das Netzwerk entsteht an Jugendlichen, dass das weit über diese einzelnen Momente hinauszieht. Johl, einer unserer MentorInnen der ersten Stunde, der einfach das so super ausgezückt hat, dass er, ich glaube er sagte, es ist sehr erhebend, dass jetzt HackerInnenkultur Teil von deutscher Kultur ist und damit übers Goethe-Institut transportiert wird und das hat, finde ich, ziemlich gut getroffen. Das war schon eine Form von Anerkennung, also wir waren genau da hauptsächlich im Sprachenbereich unterwegs, aber eben auch im engen Austausch mit dem Kulturbereich, dass Hacken da plötzlich einen Stellenwert hat, den es bis dato so nicht hatte, auch in dieser Kulturlogik so und das war irgendwie nochmal ein starker Moment für uns alle, wo ihr gemerkt habt, das hätten wir nicht gedacht, als wir das gestartet haben, dass wir da irgendwann landen. Ja, und ich glaube, was ja besonders bei solchen thematischen Austauschen, nenne ich es immer, so der Vorteil ist, ich habe auch ein paar Austausche gemacht, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, ich habe gar nichts, wobei ich mit denen reden konnte, weil unsere Lebensrealitäten so weit auseinander waren und ich glaube, dass das bei so einem thematischen Austausch ja total hilfreich ist, weil die Leute, die sich da anmelden, haben ja Interesse an Technik und ich glaube, dass das dann total hilft, wenn man so weiß, wir haben alle schon mal so einen gemeinsamen Nenner und das ist, glaube ich, viel einfacher, auch irgendwie Freundschaften zu knüpfen und da dann so darauf aufzubauen.